Vom 3. bis 9. Dezember sagen die Teams der Rats- sowie der Stadt- und Löwenapotheke Danke. Sie feiern mit ihnen und vielen Aktionen gleich mehrfach Jubiläum. Ja, wir feiern 340 Jahre Stadt- und Löwenapotheke in Mittweida, also eine lange Tradition, und wir feiern 20 Jahre Ratsapotheke. Das heißt, wir feiern 360 Jahre Apotheke und wir haben uns aus dieser Zeit Gewänder besorgt, um ihnen mal ein bisschen diese Zeit vielleicht näher zu bringen und einfach auch mal die Apotheke anders erleben zu lassen. Gleichzeitig haben wir einen Stand auf unserem Weihnachtsmarkt in Mittweida, auf dem wir dann verschiedene Sachen für sie bereithalten. Zum Beispiel gibt es leckeren Holundertee, selbstgebackene Lebkuchen von der Bäckerei Wonneberger und viele andere Dinge mehr. Weitere attraktive Angebote über die Jubiläumswoche hinaus wird es für Groß und Klein geben, weiß die Inhaberin Utta Silling. Ja, wir haben etwas Schönes vorbereitet, und zwar einen Adventskalender, der wie überall vom 1. bis zum 24. geht. Und hinter jedem Türchen verbirgt sich eine schöne Überraschung für unsere Kunden. Gleichzeitig haben wir auch ein Gewinnspiel für die Kunden. Die müssen bloß einfach einen Gewinncoupon ausfüllen und dann gibt es tolle Preise, wie Gutscheine zum Beispiel fürs Kino, aber auch viele andere Sachen zu gewinnen. Und natürlich wollen wir auch unsere Kleinsten nicht vergessen. Für die haben wir auch ein besonderes Gewinnspiel vorbereitet. Lassen Sie sich einfach überraschen. Die Teams der Rats- sowie der Stadt- und Löwenapotheke freuen sich auf ihren Besuch.